Leute, was in der heutigen Minecraft-Halden-Folge passiert, hatte wahrscheinlich keiner von euch erwartet. Aber ich bitte euch, Leute, schaut euch die Folge an. Weil es geht um meine Entscheidung, die das ganze Projekt bei mir hier beeinflussen wird. Hey Leute, was geht's? Leute, ich wurde irgendwo eingeschränkt. Hey, was machst du da drinnen? Hey, was machst du da drinnen? Wo bin ich? Hey! Hey, ich wusste... Wer hab ich von euch, hat sich mich eingebaut? Wo wusstet ihr jetzt hier bin? Ich hab ihn getrappt. Hier ist MVP-freie Zäune. Ich helfe dir doch. Lass mich in Ruhe, Gartenbo. Lass mich in Ruhe. Was wolltest du, Gomme? Was willst du? Ist die Frage, guck nicht. Ich wollte eigentlich gerade gar nichts. Wer hat nicht von euch gespawn-trappt? Warum warte ich genau da? Wieso warte ich genau da? Weil wir, das ist mein Stand da drüben. Wir bauten hier... Das ist unsere Fläche, Alphastein. Wer hat mich eingebaut? Das weiß ich doch nicht. Du hast dich selber eingebaut, Alphastein. Hügt nicht. Doch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aber hier schon. Hier ist unser Gebiet. Hier ist unsere Fläche. Du kannst mir gar nichts kommen. Weißt du das? Lass meinen Rucksack rum. Du hast doch auch deine Regeln. Deine Alphabase, oder nicht? Gib meine Items wieder von meinem Rucksack. Ihr wirst geklaut. Nein, damit nicht. Noch nicht. Gib meine Items wieder. Ich sag's in Jagdmann. Ich sag's in Jagdmann. Hey, stimmt. Ihr könnt ja auch von uns reingucken. Pass auf, Gavo. Pass auf. Ich hab da nix wertvolles drin. Lass uns dein Leben, wenn er kommt und angeht. Lass uns dein Leben, wenn er kommt und angeht. Lass uns dein Leben, wenn er kommt und angeht. Ja, wir haben. Ah, fort mich. Ich hab mich hier noch zwei Sachen. Leute. Ich dachte gerade, ich bin einer Spawn-Shoot, Leute. Ich dachte gerade, es ist vorbei. Ich dachte, ich hab mich irgendwo anders ausge... Oh, was ist das denn? War ein Elefant? Und warte mal. Da hinten ist Astio. Was passiert da? Ich kann dich anzeigen. Astio. 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 Hey, Alfie. Was geht? Wo befindest du dich hier gerade? Das ist nicht die Mittelinsel, Bro. Ja, ich war gerade auf dem Weg zur Mittelinsel. Wie geht's dir? Da hab ich gesehen, dass du mich richtig komisch belauscht. Aber ich muss echt sagen, ein cooles Praktikum war das bei dir gestern. Das hat echt Spaß gemacht. Und was ist das Resultat, Astio? Das Resultat wird sein... Ich geb dir schon mal deinen Banner. Hier. Du bist jetzt offiziell... Oh, war klein. Oh, war klein. Dein Bruder kommt auch. Aber ich muss dir ehrlich sagen... Oh, wir werden belauscht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es mega zu schätzen natürlich. Aber... Was machst du? Hör doch erstmal zu. Ich muss doch erstmal die anderen Clans auch angucken. Und dann kann ich mich dafür entscheiden, Alfie. Astio. Ja, was kann ich für dich tun? Du kannst den Arbeklang nicht warten lassen. Du weißt das. Alfie, mach jetzt nicht diesen. Ich war doch so korrekt... Wir sind da... Oh, war klein. Oh, war klein. Und deshalb lass uns wieder mit dem Auto rumfusen. Komm, wir machen... Du weißt, ich muss jetzt Action machen. Ich kann nicht mehr lange warten hier mit... Ja, aber mit mir Action machen... Ah, Unfall! Oh, ich muss aufpassen. Komm, komm, komm. Warum aufpassen? Wir fahren in die Richtung. Was hat kaum mehr davor? Wo ist er? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist gefährlich. Ich steig ein. Wir fahren los. Ja, deshalb. Ich habe hier eigentlich ein Unfall hier. Ich fahre los jetzt. Ja, ich fahre los jetzt. 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 Astio, hier kann ich dich jetzt angreifen. Astio, du willst einfach gleich beitreten. Mach das nicht. Hör doch mal zu. Wir können doch in Zukunft sehen, was Sachen ist, Alfie. Ich habe das Gefühl, du nutzt uns alles. Du willst nur... Was habe ich denn für Vorteile bis jetzt gehabt? Außer, dass wir Spaß zusammen hatten. Astio, das ist ein BVP-Projekt. Astio, das ist in der Team. So, wir sind ein Feinde ab jetzt. Alfie, mach nichts. Ich weiß, du willst mich. Du willst mich noch machen. Du lässt ihn einfach klein behalten. Das geht nicht. Das ist nicht introspektlos. Ja, aber Alfie, ich muss doch mir meine Meinung machen mit den Zuschauern. Ich muss sogar sagen... Einen Tag, Astio. Einen Tag, Astio. Einen Tag? Okay, dann sehen wir das morgen. Hast du noch, Astio? Sehen's morgen, Astio. Alfie, mach's gut. Astio, tschüter, Astio. Astio, du willst den Astio. Ihr seht, das ist mein Inventar auch alleine. Ja, Leute, ich habe ja schon genug Probleme. Und genau, hier ist mein Mikrofon irgendwie ausgegangen. Ich erzähle auf jeden Fall. Man sieht es. Ich habe zu wenig Diamantrüstung. Und ich brauche Diamanten. Mindestens 60 Stück, damit ich mir neue Rüstungen craften kann. Ich will mir auf jeden Fall noch mehr Gold holen gehen. Boah, das mit der Trap alleine war so gefährlich. Wäre das auf der Hauptinsel passiert. Dann hätte ich schon längst K.O. vielleicht sein können, Leute. Und aus dem Projekt draußen. Sowas darf nochmal nicht passieren gehen. Und deswegen wollte ich einfach ganz normal farmen gehen. Habe mein Inventar ein bisschen leer gemacht. Und habe mich auf jeden Fall auf den Weg gemacht. Und da habe ich schon den ersten Dier gefunden, Leute. Wir sind in der Hülle, Leute. Let's go, nice. Komm schon, wir kriegen ja bitte mehr als einen. Komm schon, komm schon. Ja, wir kriegen... Wofür haben wir bekommen? Drei Stück, aber... War ja nur einer? Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Heute mache ich mich full, Leute. Ich will mich komplett full machen. Wir brauchen recht viele Rüstungen. 30 Diers reicht, glaube ich, allein nur für eine Rüstung. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen mindestens einen ganzen Stack. Und den muss ich heute suchen gehen. Ich hoffe, ich schaffe das, Leute. Ich hoffe, ich schaffe das. Jetzt haben wir hier schon die nächsten Diers, Leute. Ich habe jetzt schon einige gefunden. Wisst ihr, was mir die ganze Zeit auffällt? Meine Rüstung geht richtig kaputt. Nein. Ich habe doch nicht mal so viele Leute. Aber ihr seht schon, ich habe hier 56 Diers. Immerhin haben wir jetzt fast die 60 voll. Ja, noch einer noch. Das ist eine Riesenquelle. Let's go, let's go. 62. Ich wollte 60 haben. Jetzt haben wir 62 sogar. Nice, Leute. Oder soll ich da noch weitergucken? Soll ich hier noch weitergucken? Vielleicht sind noch mehr. Ich glaube eigentlich nicht mehr. Krass, wenn hier noch irgendwo einer ist. Aber ich glaube nicht. Aber, Leute, ich muss auf jeden Fall jetzt zu einer Eisenrüstung switchen. Weil meine Diers geht hier so krass kaputt. Ey, und ich glaube, die reparieren wird schon wieder richtig teuer. Ey, das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Gar nicht. Ich bin auf jeden Fall schon die ganze Zeit hier auf Suche, Leute. Ich schneide, dass ich die ganze Zeit alles rein will. Das ist ja das ganze Zeit das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, Leute, die Schwierigkeit wurde, glaube ich, geändert. Weil die Monster halten auf einmal viel mehr aus. Machen voll viel Schaden. Meine Rüstung ist schon so schnell kaputt. Obwohl ich hier nur wenige Minuten war. Finde ich krass. Deswegen müsste ich mich mal kurz irgendwo einbauen. Eine Eisenrüstung craften. Weil hier allein... Nein, 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 nein. Jetzt geht es wieder los. Jetzt... Och, Mann, ey. Wir halten so viel aus und machen so viel Schaden die ganze Zeit. Aber ich brauche auf jeden Fall noch Gold. Gold habe ich gerade auch schon fast zwei Stacks gesammelt. Ich glaube sogar mehr als zwei Stacks, Leute. Weil guckt mal, wie viel hier immer droppt. Vor allem mit der Spitzhacke. Das sind nur noch so Riesenadern. Sehr gute. Eisen nehme ich fast gar nicht auf. Ich will nur wirklich Gold und Dias. Und Kohle brauchen wir Kohle. Da habe ich noch viel zu wenig. Ich brauche mal hier die komplette Ader mit. So, zack, zack. Ah, nein. Da habe ich mich ernst. Seht ihr das? Wie viel Schaden... Ah, ja. Und da kommt der Nächste. Das glaube ich echt immer öfter Wasserheimer oder so platzieren. Dass die mich nicht komplett kaputt machen. Ich glaube, ich muss mir jetzt auf jeden Fall einen Ofen machen, Leute. Weil meine Diasrüstung geht immer weiter und weiter kaputt. Oh, nein. Enderman. So, für den Enderman. Ich habe eben gesehen, auf dem Schwert habe ich hier gar kein Looting drauf. Deswegen habe ich auch nie in letzter Zeit Enderpellen bekommen. Ich dachte, mein anderes Schwert hat auch Looting drauf. Aber ich glaube nicht. So, schnell Enderpellen her, Enderpellen her. So, let's go. Eine wenigstens. Okay, Dias habe ich jetzt hier groß keine mehr gesehen. Mache ich mir jetzt mal Öfen, Leute. Let's go. Wir brauchen Öfen. Und noch mehr Kohle. So, gute. Damit wir gleich die ganzen Öfen so voll voll... Sofort voll machen können, damit es richtig schnell geht. So, ich mache direkt richtig viele, Leute. Let's go. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bei Öfen habe ich hier schon mal. Zack, zack, zack. Kohle rein, Kohle rein, Kohle rein, Eisen rein. Eisen habe ich jetzt nicht so viel gefahren. Und ich nehme hier noch mal ein bisschen mit. So. Ah, ich habe sogar noch Eisen, Leute. Ich muss das gar nicht braten. Oh, jetzt habe ich es umsonst gebraten. Wie geil. Lass uns hier auf jeden Fall eine Eisenrüstung machen. Ohne Verzauberung, leider. Oder könnte ich noch schnell verzaubern irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Hier können Bücherregale dabei. Nur das hier. Ja, Leute, sollte klar gehen. So, jetzt haben wir mal endlich. Jetzt geht unsere Rüstung nicht mehr kaputt. So, die packe ich hier weg, Leute. Die Dierrüstung. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit Eisenrüstung mehr aufpassen, weil ich jetzt viel mehr Schaden kriegen kann. So sollten wir packen, sollten wir packen. Oh, da ist noch ein Enderman. Einen Appell brauche ich auch eigentlich. Oh, nein, nein. Er ist fokussiert, er ist fokussiert, er ist fokussiert. Ähm, Leute. Ähm, Leute. Okay, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Oh, wieso kriege ich mal mit Eisenrüstung so viel Schaden? Oha. Das ist überhaupt nicht im Kopf. Jetzt kommt doch eine ganze Armee hier. Oh, nein, ey. Oh, nein. Ich hätte nicht so einfach hingehen dürfen. Ich dachte, Eisen... Hey, ich glaube, Michael wurde auf hart gestellt oder so bestimmt. Früher war das nicht so schwer. Ich hatte das gar nicht in Erinnerung so schwer. Ich war auf jeden Fall die ganze Zeit mein Schild bereit, Leute. Zack, zack. Auf jeden Fall noch ein bisschen Spinnen looten. So. Oh, noch ein Enderman. Nice. Dann haben wir noch ein Enderpeng. Sogar zwei Endermänner. Let's go, Leute. Ich muss mich hochbauen und beide fahren. Ich fokussiere die mal. Erstmal den ersten. Lieber langsam. Mit Eisenrüstung. So, habt den ersten. Den zweiten auch. Komm her. So, let's go. Zwölf Enderpeng. Nice. Ich frage mich nur, wo habe ich gerade die ganzen Öfen gelagert? Leute, war das hier? Oh, nein, nein, nein. Jetzt habe ich meine Icons verloren oder was? Das ist niemals. Ah, hier vorne. Sehr gut. Noch ein Enderman. Ja. Mit dem Looting-Schwert. Komm her. Leute, wir werden zu OP. Ich habe so viel Gold jetzt gefarmt. Ey, das ist zu krass. Wir haben so viele Enderpeng jetzt wieder richtig viel Gold. Ihr seht das hier. Damit kann ich bestimmt wieder fast ein Stack Gold-Effel craften. Das ist zu nice. Ich würde sagen, ich suche jetzt weiter auf jeden Fall. Okay, Leute. Die Hülle sieht schon gefährlicher aus. Ja. Wie viele sind die denn? Okay, 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 okay. Noch nie so viele Creeper auf jeden Fall auf einem Haufen gesehen. Das sieht so aus, als ob ich das gefühlte Atmen gemacht. Das kann doch kein Zufall sein. Leute, ich habe hier ja eh mein Schild. Wir müssen es so unendlich stark machen, wie es geht. Noch ein Enderman. Nice. Kurz wieder hochbauen. Enderman fokussieren. Let's go. Na, peng. Machen schon echt gut Schaden Endermänner. Aufpassen. Und jetzt macht so viel Lava in den hier, Leute. Das ist gar nicht gut. Aber wieso kriegt man auch mit allen Rüstungen so viel Schaden? Es ist so, als ob ich mir sogar eine extra Farmrüstung verzaubern muss, oder was? Minecraft ist echt schwierig, Leute. Aber für meine Deerrüstung, damit die nicht kaputt geht, mache ich das. Boah, hier sind noch mehr Endermänner. Sehr gute. Leute, die machen aber auch sehr gut Damage. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ey, Leute, mit der Rüstung ist das wirklich zu krass. Viel Schaden man kriegt. Kuiper, kuiper. So, jetzt kann ich die Endermänner easy fahren. So. Nein, nur eine Enderpelle. Ich habe das falsche Schwert benutzt. Egal, Leute, let's go. Egal, Leute, let's go. Jetzt haben wir richtig viel Enderpellen. Ich muss doch die ganze Zeit was essen. Nein, weh. Nein, nein. Leute, wo bin ich? Wo bin ich? Hä? Nein. Ich bin erst irgendwie erst kurz offline gegangen, Leute. Nein, nein, nein. Ich bin richtig weit weg. Nein. Leute, ich habe mir so weit weg ein Backplatz. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Wo bin ich denn drauf gegangen? Ich weiß es nicht. Und wie? Ich habe so eine Backup-Kiste gemacht. Nein, 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 nein. Leute, ich hole meine Items weg. Ich bin so weit weg geschwommen von hier. Ich habe mich so tief in die Hülle gebaut. Nein, 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 nein. Wie? Das war richtig komisch. Ich kann es euch einblenden, Leute. Die Zombies und alles, die haben da geleckt. Deswegen bin ich kurz offline gegangen, Leute. Ich wollte es einfach nur kurz neu starten. Aber jetzt ist alles weg. Nein, nein, nein. Ich darf nicht nochmal drauf gehen. Ich darf nicht nochmal drauf gehen. Nein, 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 nein. Ich muss schon meine Items finden. Ich habe noch ein bisschen Essen. Nein, Leute. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Wo war ich? Wo war ich? Ich glaube, ich bin richtig weit weg geschwommen. Nein, 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 nein. Das darf nicht wahr sein, Leute. Nein. Wo soll ich denn jetzt schon hingehen? Ich weiß nicht, wo die Hülle war. Ich habe mich hier irgendwo runter gebaut. Nein, Leute. Ich muss schon die Stelle finden. Ich habe mich hier irgendwo runter gebaut. Dann bin ich die ganze Zeit gerade ausgegangen, Leute. Ich bin durch so viele Hüllen gegangen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, Leute. Wo ist es? Alle meine Items. Ich habe nur 10 Minuten Zeit, Leute. Nur 10 Minuten. Wenn ich das in 10 Minuten nicht finde, ist alles weg. Dann werden die Items erst gedroppt. Okay, Leute. Das sollte eigentlich genug Zeit sein. Das sollte eigentlich genug Zeit sein. Aber ich muss finden. Ich muss finden, Leute. Nein. Wo war das nochmal? Da vorne vielleicht? Ich habe mir jetzt doch echt noch keine Koordinaten geholt, weil ich dachte, ich lebe noch. Nein, Leute. Nein. Nein. Ich glaube, das war so wie bei Essie damals im Kampf, Leute, wo das mit dem Ausloggen passiert ist. Ich war bei ihm einfach nur noch in der Luft. Und dann wurde ich ausgelockt. Und ich glaube, in der Zeit konnten mich die ganze Zeit die Mobs hitten. Nein. Aber ich bin doch geläftet bei mir. Das habt ihr doch gesehen. Nein. Nein, was mache ich hier, Leute? Hier brauche ich gar nichts. Ich muss den Hülleneingang finden. Ich habe nicht mal Holz für ein Boot oder so. Ich habe hier gerade gar nichts. Gar nichts. Ich glaube es nicht, Leute. Ich glaube es nicht. Leute, ich glaube... Nein. Vorne komme ich schon an Land. Ich weiß, ich war irgendwo am Wasser, Leute. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin vielleicht schon zu weit weg. Nein. Nicht in Helden. Nicht in Minecraft-Helden. Leute, ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Nein, Leute. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, Leute. Ich habe da unten geguckt. Da war auch nichts gefunden. Ich bin hier irgendwo untergegangen und habe... Leute, ich bin locker gefühlt noch ein paar hundert Blöcke in irgendeine Richtung gelaufen. Ich weiß nicht mal, wo genau bin ich hier. Ich müsste schnell gucken, welche Koordinaten, Leute. Aber ich habe nur 10 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Vorne ist sogar irgendwas gebaut, sehe ich gerade. Da war irgendein YouTuber. Das ist mir gar nicht... Ah, nein. Vielleicht da unten, da unten, da unten. Da geht es runter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, oder? Ich glaube, hier war es nicht. Das war auch irgendwo bei Erde. Hier, hier, hier. Ich glaube, hier, hier, hier. Oder war das hier? Ich war auf jeden Fall auch bei einem Minenschutz. Das weiß ich noch. Ich weiß gerade nicht, ob das genau hier war. Oh, hier ist noch eine Kiste. Leute, wenn die voll ist, dann war ich hier safe schon. Ja, safe noch nicht, Leute. Nein, das sieht voll aus. Hier ist noch ein Name-Tag drin. Ich hätte das 100% mitgenommen. Das heißt, ich war hier noch nicht, ich war hier noch nicht. Nein. Die One-Tag, Leute, die One-Tag. Ich muss wieder aus. Eilt das nicht. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Schnell, 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 schnell. Ich finde es nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo es war. Ich bin einfach zufällig irgendwo reingegangen. Ja, Leute. Ich glaube, ich glaube, das war es mit den Items. Das kann ich wahr sein. Nicht in Minecraft hacken. Wir hatten 60 Diamanten. 60. Wir hatten 60 Diamanten, Leute. Wir hatten 60 Diamanten. Und drei oder vier Rüstungen dabei. Diersachen, Bögen. Bücher hatte ich sogar dabei, glaube ich. Nein, Leute, nein. Wirklich, nein. Nein, Leute. Ich habe keine Lust, alles neu zu farmen, Leute. Nein. Ich weiß nicht, ob ich bei sowas den Admin fragen kann. Eigentlich nicht. Das darf man nicht. Es gibt ja extra diesen Respawn-Grab, wo man alle Items wiederkriegen kann. Alle Level und so. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Hier sind die Blätter. Hier habe ich schon gesucht. Das war es, Leute. Meine Items sind weg. Die werde ich nie im Leben wiederfinden, Leute. Ich bin hier richtig weit weg, Leute. Ich bin hier bei fast 3000 Blöcke entfernt von der Hauptinsel. Von der Mittelinsel, wo PvP nicht erlaubt ist. Aber ich bin extra so weit gegangen, damit ich Diamanten auf Locker Farm gehen kann. Das war es, Leute. Ich glaube, Helden ist von mir vorbei. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, bald gehen doch diese krassen Kämpfe los und alles. Und dafür jetzt alles vorbereiten, Leute. Das dauert so lange. Ich hatte auch so viele Goldämpfe und so. Das war es viel zu viel Zeit, was man jetzt wieder hier reinstecken muss. Das schaffe ich gar nicht mehr, bis der Kampf losgeht. Das ist schon jetzt diesen Monat, glaube ich. Jetzt im Oktober irgendwann, Leute. Nein. Die werden mich sofort angreifen, wenn ihr mich sehen, Leute. Ich kriege die Rüstung nicht mehr. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nein. Ich muss mit Ento oder IT reden. Ich muss mit Ento oder IT reden. Ich gehe mir jetzt erst mal ein Boot holen, Leute. Ich gehe mir erst mal ein Boot holen. Was soll ich denn sonst jetzt noch machen, Leute? Was? Ich finde die Items nie im Leben. Hier habe ich meinen Respawn-Point wieder hingesetzt. Für Notfälle, falls irgendwas passieren kann. Aber das hätte ich niemals gedacht. Nein. Nein. Leute, ich mache mir jetzt erst mal ein Boot auf jeden Fall. Ich mache mir jetzt ein Boot. Ich kann mir noch mit einem Boot die Stelle finden. Ich schwimme auf jeden Fall mal überall vorbei. Meine ganz ehrlichen Einschätzungen. Ich glaube, das war es. Ich glaube, das war es, Leute. Wenn ich jetzt meine Items nicht kriege, dann brauche ich hier in dem Projekt nichts mehr zu machen, Leute. Wirklich. In einer Woche oder so geht es schon los mit den Kämpfen. Ich glaube, weniger sogar. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. So auf den Stand wie die anderen YouTuber zu kommen. Mit mehreren Rüstungen. Jetzt brauche ich erst mal eine Glücksspitzhacke, Leute. Dass ich mehr Diamanten finden kann und alles. Ich kann jetzt nicht einfach eine Hülle gehen und mit dir Sachen holen. Vielleicht kann ich den Alpha-Clan fragen, Leute. Vielleicht kann ich den Alpha-Clan fragen. Vielleicht wird mir IT oder Ente helfen oder so. Ich glaube, ich finde die Stelle nicht mehr. Und jetzt sollten die Items schon längst weg sein, Leute. Allein dieser Aufnahme geht die gerade schon in 10 Minuten. Weil ich hier gerade die ganze Zeit am Rumsuchen bin. Nein, Leute. Das war es. Das war es, Leute. Die Items sind weg. Oh, Mann. Ich habe in meinem Kopf Helden ganz anders vorgestellt. Ganz ehrlich, Leute. Nicht so. Nicht so. Ich habe nicht gedacht, dass das so enden muss, Leute. Dass ich alle Items verliere. Leute, das alles neu zu formen. Das wird so lange dauern. Bitte kraft ihr mich nicht an. Bitte kraft ihr mich nicht an. Kraft ihr mich an? Weiß nicht. Das alles neu zu formen, Leute. Das wird mir zu lange dauern. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich gehe zur Mittelinsel zurück. Aber das hat keinen Sinn mehr, Leute. So kann ich das Projekt nicht mehr weiterspielen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wenn euch das Projekt gefallen hat, vergesst zu benötigen, keine weiteren Videos zu verpassen. Ich mache andere Videos. Ich sage die Blog-Videos ab und zu und was weiß ich. Schaut bei anderen vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss.